Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Was sind ihre Stärken? Ich kann extrem schnell rechnen. Was ist 57 minus 29 mal 6? 5! Das ist falsch. Ja, aber schnell! Manchmal schreibe ich beim Autofahren in WhatsApp. Ja, ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich mache nur mal dumme Dinge, wenn ich betrunken bin. Hör auf, meine Hose zu essen! Das ist auch so ein Satz, den man ohne Haustiere eher selten sagt. Habe mein Handy gerade voll aufgeladen. Mal gucken, wie lange der Ack... Alle Jahre wieder kommt ein Amoklauf auf die Amis nieder aufgrund des Waffenkaufs. Dieser Moment, wenn man vergisst, sich im Smart abzuschneiden und dann die ganze Zeit mit einem Rucksack durch die Stadt läuft. Vergessen Sie alles, was Sie über Matratzen wussten. Okay, kaufen Sie diese Domeo-Matratze. Was ist eine Matratze? Sie? Ich liebe dich, kleiner als 3. Ja, ich liebe dich beinahe, kleiner als 2,999999. Ja, wie soll ich das auch vorlesen? Das muss man sehen. Ich durfte heute auf der Arbeit das erste Mal Gabelschlappler fahren. Kommt doch noch später in den Nachrichten. Kollegin hat mich vorher ein paar WhatsApp gefragt, ob ich WhatsApp nutze. Hab ein Fax mit Nein geschickt. Sei nicht traurig. Zu sagen ist ungefähr so, als würde man sagen, sei nicht krank oder sei nicht 1,78 groß. Wenn ich RTL gucke, merke ich förmlich, wie mein IQ immer weiter runter geht. Alter, das ist schon Problem oder was? Marius Pizzeria und Abreibungsklinik. Ihr Verlust ist unsere Soße. Diese tägliche Angst, weil man als 5-Jähriger einen Boomerang geworfen hat und der noch nicht zurückgeflogen ist. Habt ihr euch jemals gefragt, ob das Geld in eurer Brieftasche jemals in der Arschritze an der Stripperin gescheckt hat? Jetzt schon. Mein Fuß ist eingeschlafen. Ich hab mich im Schnurrbart gemalt. Der wird sich wundern. 4 Stunden Schlaf pro Tag reichen mir völlig. Nachts brauch ich allerdings das Doppelte. Es gibt zwei Dinge, die einen Mann in den Wahnsinn treiben. Erstens eine Frau. Zweitens keine Frau. Mir ist schon klar, dass du deine Jungfolligkeit schützen willst, aber mit der Fresse? Wow. Also in echt siehst du nicht wie 250 Likes aus. Alter, verlangt dein Kaffee gerade Geld von mir? Ja, das ist ein Erpresso. Die häufigste Ursache für trockene Haut sind Handtücher. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Masterjam. Bis nächste Woche.